Das ist eine Piloten-Folge. Du weißt gar nicht, was eine Pilot-Folge ist, du Trottel. Ne, steht ja nur unter ca. jeder allerersten Folge von sämtlichen Serien, die es überhaupt gibt. Ja. Woher soll ich denn wissen, wann du aufnimmst, den Vogel? Das ist der Moment der Überraschung! So, ich bin dann schon im Cube drin, oder? Das werde ich nicht. Surprise, motherfucker! So, ich habe jetzt 60.000 live. Komm rein jetzt! Achso, bist du da? Ja, weiß ich doch nicht. Hab ich gerade gesagt! Ich hör dir doch nicht zu, das weißt du doch. Hörst du doch irgendwann mal zu? Nö. Definitiv, nein! Drei. Drei. Eddie. Ich glaube, ich habe TS aktuell nicht mal installiert. Drei. Drei. Wenn ich mal Musik höre, denke ich mir echt so, eigentlich müsste ich auch mal Witcher 3 spielen. Dann wiederum denke ich mir so, dass Witcher 3 ein Spiel ist, was Zeit frisst ohne Ende. Und dann realisiere ich, ach ja, ich habe keine Zeit. Ach ja, Rappels. Hm. Ja, aber ganz ehrlich, auf dem P-Saber kannst du Rappels so als zwischendurch spielen, ja? Eurodurchschnitt, das ist eigentlich eher so zwischendurch. Eben. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir es auf dem Office spielen würden, dann würden wir mit der Zeit, die wir, äh, die wir hier jetzt rein investieren, tausend Jahre nicht oben mit spielen. Volllös. Niem, doch Tanz. Nalalalalala. Warte mal auf Angro zu zählen. Ach so, okay, dann mach ich mal Oblivion an. So. Habe ich auch, immer aufs Reflex. Hä, bist du dumm? Kennst du das nicht, wenn du alle Bafs durchklickst und dann alles durchklickst? Deswegen habe ich es in der Extraliste. Das bümmst 1 gute Idee. MAAAAN, hast du ne Rest-Grawl? Nö. Oh, MAAAAN. Oh, nein. Achso, stimmt. Warum das so diese Kappe war. MAAAAN. Aber ich glaube, ich kill schneller als du. Ups. Ups, Ups. Öh. Verdreckt. Ich hab auf dem Desktop gerade draufgekommen. MAAAAN. Jetzt ist doch scheißig tot. Tja. Wie dumm würd ich denn mal sagen. Oh, diese Ladebildschirm. Können wir da bitte woanders hingehen? Wo willst du denn hingehen, wo schneller gehen? Hier geh. Da geht's nicht. Definitiv nicht schneller. Weil ich krass bin im Film. Ich kill schneller als du. Das glaubst du. Das sehe ich doch. Ich hab AOEs, die Idiot. Ja, und ich nicht. Naja. Und trotzdem kill ich eins und viel schneller als du. Und ein PB bringt dir AEs gar nichts. Nö, das stimmt. Aber da krieg ich auch schneller. Da spiel ich ja anders. Ich hab das Gefühl, du spielst scheiße, egal wo du bist. Du kannst nur immer wieder behaupten, du bist der beste Spieler, den es überhaupt gibt. Ja, vor allem wenn ich SIN spiele, dann bin ich der absolut beste Spieler. Also so 5 drücken, damit ich mit Pet zusammen angreife. Wow, halleluja. Mann, also so gut wie du bist. Das erfordert Skill bis zum geht nicht mehr, ja. Mach das erstmal. Also wirklich so krass wie du bist, das ist ja hui. Ja, also frag mal die Community, ob die es schaffen immer 5 für Pet Angriff und selber zu drücken. Ja. Das ist schon echt, das kann echt nicht jeder FPD drücken. Also SIN ist definitiv die anspruchsvollste Klasse, die es überhaupt gibt. So, ich möchte jetzt auch ein 160 werden, damit ich den komischen Phantasmus-Skill auf Level 3 habe. Drei? Drei. Ich nehm die Dre. Ist die Dre? Ich nehm die Dre. Oh, ich hänge in der Wand. Alter, AI ist halt echt fett. So. Ist übertrieben, crass. Genau wie der Steel Cage vom Marksman. Was? Genau wie der Steel Cage vom Marksman. Oh, geil, ich hab schon wieder Internetprobleme. Hört sich ja richtig cool an. Bra. So, geht es jetzt wieder? Naja. Da sollte jemand drüben seine Pornos ausschalten. Tja. Mit was? Weißt du, das ist so das Positive, wenn du ein Singleplayer-Game aufnimmst. Du merkst gar nicht, wenn das Internet weg ist. Richtig. Deswegen bei Life is Strange, als ich so durch die Aufnahmesession so durch war, ich geh so YouTube, denk so, oh wie kein Internet. Oh, hab ich gar nicht gemerkt. Das passiert ja auch voll selten mal, dass ich mal kein Internet hab, lol. Nichtig. Nichtig. Schmeck hat, geht runter auf den Boden. Schmeck hat. Hier müsste ich witzigerweise schon übertrieben viele... Ich weiß es nicht mehr, aber hier misse ich auf jeden Fall schon extrem viel. Ach so. Na ganz ehrlich, die Viecher sind, ne, Frucht-Unlevel über mir. Oh. Okay, Kyrissi hast du? Ja, Brachnäck, also bei mir ist es halt durch, die ganze Ruhe. Ja klar, ich hab nur knapp 500. Knapp 500? Ja. Insgesamt? Okay, ich hab 1500, ja dann ist klar. Na gut, ne, da braucht man auch ein BW. Ich dachte, das wäre bei einer Sin ähnlich, aber bei mir kommt es ja überwiegend durch die Zerbs im Bale. Ja. Ich kann mir auch Zerbs in den Bale packen, aber das bringt mir halt nichts, ne? Das bringt mir nichts, weil es Dex ist. Eben. Aber ich glaub Nightmare sind die auch für Kyrissi. Ja, aber Nightmare bringt mir auch nichts. Naja, mit Max-HP, ich glaub, ach ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dann nehm ich lieber mein Damage. Ganz ehrlich, Leveln tut man sowieso schnell genug. Das war bei mir auch immer das Problem dann bei den Bossen, weil ich halt wenig Energy hatte. Würde zwar über zu viel Schaden machen, aber hab halt aber so Null getroffen. Ja. Heißt Null, relativ selten. Na je gesagt, Leveln tut mir ja schnell genug, zumindest um auf PW-Niveau zu kommen. 160er Equip lässt man dann ja sowieso besser aus. Aber warum? Ja. Also zumindest die Waffen. 160er, jajaja. Die Waffen würde ich sagen, weil die anderen Sachen... Naja, ich brauch da noch ein paar Distorted Sachen, muss ich da nochmal in PW-Farm nehmen. Ein few Distorted Sachen. Na guck mal, jetzt mit WP 64K. Wollen wir mal schon die Displayboxen einfach machen, ne? Natürlich. Ich hab da schon wieder Null rausgezogen. Oh, ich hab noch gar keine Gold drauf. Oh. 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 Doch, doch. Die hab ich einer. Archer magst du ein Plus-Sieben-Karte. Ready. So, Bulli? Denkst du, ich hab' er? Jo. Hallo, geh mal rein da. Bitch. Ich weiß nicht. Ich denke... Wohl, keine Ahnung. Ich treff' den halt nicht. So, warte. Ich switch jetzt. Ich mache zwei Unions rein. Wo sind die dann? So, und ich glaub' nicht, dass mich die Sau jetzt noch so oft trifft. Weil insgesamt... 2500 Evasion. Mal gucken, vielleicht mach' ich dann ja auch ein Dead Eye hier raus. Dann können wir Double Dead Eye spielen. Equip hab' ich ja. Ja. Hab' ja dann schon auch meine... 170 mal Plus-25 Bow. Beziehungsweise meine Crossbow. Hab' beides. So. 30, 2, 1, zack. Meine Zerps hab' ich ja sowieso, ne? Durch das Scheiß-Schön-Event. Ja, das klappt ja definitiv gut. Was greifst du denn an? Ich weiß nicht. Normalerweise greift man doch an, wenn man einen Kampf beginnt, oder? Ja, aber warum du? Hat doch keinen Unterschied. Na doch. Mich misst der. Welches Level bist du mit dem Tag? Achso, kann ich ja nachgucken. 163. Alter, gib dir mal diese Level. Stell dir mal vor, wir haben offen-off wie jemals 163 hier waren. Haha. Das stimmt. Naja, vielleicht mal halt dann auch ein Deader-Hero aus. Klingt realistisch. Sounds realistic. Spannend. Spannend. So. Bitch. Aber Doppel-Dead-Eye? Ist das so cool? Glaub ich nicht. Ja, warum sollte es nicht? Obwohl, stattdoppel der Zinn, oder? Gut, das stand da, ist so recht. Ist das egal. Ich würde ja sogar mit einem MB zum Cardi reberfen, aber das Problem ist, dass ich dann, ne, noch einen Stab bräuchte. Na gut, der lässt sich ja schnell machen. Schnell? Ja gut, plus 23, mehr würde ich nicht machen. Guck mal, ich treffe nicht mehr meine Magic-Skills, das ist echt bitter. Wie viele Unis hast du jetzt im Belt? Zwei. Und der Rest Serbs? Nö. Zwei Serbs, zwei Skellys und zwei, ähm, Unis. Keine Boss-Tarte? Ne, grad nicht. Also wenn ich weiß, wie ich tänke, oder nicht? Ne. Oh, es leckt grad bei mir extrem. Ja, es hängt grade. Oh, scheiße, okay. Naja, aber es scheint nicht down zu sein, zumindest noch nicht. Das wäre ja immer wieder super. Das wäre ja wieder eine Knatterfolge. Hammergeil. Okay, jetzt bewegt sich gar nichts mehr. Ne, bei mir grad auch nicht. Ähm. Gut. Geil. Warst du schon DC? Ne. Hm. Ja, das läuft, ne. Wenn mal wieder was Neues, wenn die Server mal wieder down sind. Oder der Server. Ja, Mann. Ja, Mann. Ähm. Okay. Also ich würde sagen, wir warten jetzt noch ein, zwei Minuten. Wenn nicht, dann ist diese Folge halt auch wieder ein bisschen kürzer. Ihr wisst, Leute, 4producement und so. Hauptsächlich, hauptsächlich Server down, aber wir schieben das einfach auf die Vorproduzierung. Ne, ist aber wirklich, weil jedes Mal, wenn wir teilweise wollten, also was ist jedes Mal, einmal als wir wollten, als wir auch beide okay Zeit hatten, da war der Server down. Und immer wieder, wenn man sogar ein paar Folgen machen könnte, war halt trotzdem immer wieder irgendwas. Oder wir hatten halt beide sehr wenig Zeit. Ich würde eher sagen, letzteres. Ne, aber wir sind ja dann im alten Abend da. So gestern, ne, vorgestern war das dann. Vorgestern. Vorgestern hatten wir drei Stunden Zeit. Beziehungsweise haben wir auch drei Stunden was gemacht. Und haben dabei vier Folgen fertig bekommen, weil Rappels war da und war. Hä, war es doch vier? Ne, aber keine vier Rappels Folgen, ne? Ne, ich weiß, aber... Eine Golf, eine Super Smash Bros, eine Malka, eine Rappels. Ach ja, das stimmt. Äh, ja Leute, ne? Okay, an der Stelle, ihr seht es selber. Hat herzlich wenig Sinn, glaube ich, jetzt noch weiter die Folge aufzunehmen. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz recht für das Zuschauen, bzw. wir danken uns ganz recht für das Zuschauen. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Ciao! Ciao!